hallo schweinchen na du ist das nicht süß dass sie ja willkommen willkommen zum neuen video von let's play minecraft staffel 3 es ist morgens es ist grün um mich rum ja ich bin ein bisschen gegangen ich bin geweck silber und ich freue mich dass ihr mit dabei seid wunderbar ja meine hungerkeulen die bewegen sich ein bisschen ich sollte wohl demnächst etwas essen und ich sollte in dem text ton paket sind die ja echt witzig aus ja und ich sollte mich erkundigen ich habe nämlich vor mir hier ein häuschen zu bauen irgendwo in der gegend aber ich weiß noch nicht wo so richtig wald wüste grünfläche schweine ist ja schon mal ein argument ich weiß nicht so richtig war mir in der nähe von der wüste bleibt dann hat man ja auch irgendwie ganze wüstenviehzeug um einen rum kann man da eine fackel dran setzen nee es scheint irgendwie nicht zu gehen also das wäre natürlich schön das wäre schöner als die fackel auf die erde zu setzen ja deswegen will ich jetzt erst ein bisschen die die gegend erkunden und habe mich auch schon auf den weg gemacht um hier zu scha- oh oh das sieht schick aus das sieht schick aus hier werde ich auf jeden fall noch mal zurückkommen hier haben wir das markiert dass ich da nicht aus versehen rein renne und ah markierung richtig stichwort ich habe den ganzen weg vergessen zu markieren wie soll ich denn da wieder zurückfinden nun gut nee das geht echt nicht hm so sind wir erst mal wieder satt ja das textum paket was ich jetzt hier gerade drin haben ausprobieren ist chroma hills und zwar habe ich das gesehen bei Hannibal let's play die ich in letzter zeit öfter mal gucke und oh sonnenblumen wie schön und das gefällt mir richtig doll ich finde das sieht sehr sehr gut aus und ich bin auch natürlich froh dass mein neuer rechner jetzt hier mit einem 128 x 128 texturenpaket sogar klar kommt das ist ja schon mal riesig toll und ich habe schon wieder die markierungen vergesse nicht im lack hm hm so dicht beieinander bringen die ja wenig das müsste reichen gut dann gucken wir mal ah hä ok sonnenblumen schweben also zumindest der kopf vorne die blüter ah ja es ist ja sieht witzig aus pfh 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 ja gut dann schwimmen wir mal dann sind das sind das Akatschen da hinten das sind ja Akatschen pfh 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 Da will ich hin. Vielleicht baue ich da auch das Haus. Und Akazienholz. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht in diesem Paket, aber insgesamt sieht das ja sehr schick aus. Ja. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt bei Chroma Hills mich eher festsetze oder ob ich wieder zurückschalte zu meinem überarbeiteten Dragondance Texturenpaket. Bei Dragondance hat es seine Vorteile und Chroma Hills hat es seine Vorteile. Sie sehen beide auf ihre Art irgendwie sehr, sehr schick aus, wie ich finde, aber ich habe eins jetzt schon mitbekommen, man sollte doch... Ui, noch eine Höhle. Darum darf man nicht reinfallen. Schön markieren, dass ich da nicht aus Versehen über die Kante renne. Das wäre nämlich leicht ungünstig. Da ist erstmal nichts Interessantes drin in Sichtweite, dann gucken wir mal weiter. Ja. Schicke Bäume. Der Katzige wird mit zu den Bäumen, die mir am besten gefallen. Was mir noch sehr gefällt, das sind die großen Eichen und Eisen. Oh, Eisen! Jaaa... Meine Güte, mein... Wieso ist denn das eigentlich so voll? Ich habe halt keine Ahnung, kaum noch was wegpacken. Naja, müssen wir das erstmal abbauen und dann mal gucken, was das Inventar dazu sagt. Ne, hehehehehehe. Das finde ich jetzt doof. Schmeißen wir ihn weg. Ja. Ja. Ne, brauchen wir nicht. Dafür haben wir das Eisenherz. Das ist jetzt echt wichtiger. wichtiger. Ist da noch was hinter? Das sieht eher nicht so aus. Gut. Dann würde ich sagen... Habe ich das weggehauen? Hm. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Das ist super grasend. Oh, das sieht so richtig toll aus. Aber man sollte es echt mit dem MC-Patcher benutzen, weil dann ist es halt vielfältiger, die Landschaft. Ist das ein Kanickel? Das ist ja ein Kanickel da hinten. Oh. Hahaha. Ein Kamuffel. Wie süß. Und noch ein Kamuffel. Und noch mehr Kamuffels. Oh, mit guten Augen. Ein Gora-Kaninchen. Hoffentlich ist da kein Killer-Kaninchen dabei. Was sich gleich umbringt. Hm. Schauen wir mal. Und schwarz. Och, sind die süß. Oh, dein Geflecktes. Hahaha. Alle irgendwie mit ihren Babys dabei. Ist das süß. Und wie die rennen. Ja, aber hier haben wir Schäfchen. Also, ganz ehrlich. Ich finde diese Schafe hässlich. Ich finde nur die im Original-Texturen-Paket. Die finde ich richtig süß. Diese eckigen Schafe. Aber die ganzen anderen Texturen-Paketen, die versuchen, die eckigen Schafe wieder irgendwie rund zu kriegen. Und in die... Mit der Textur in die... Die in die Schafform irgendwie reinzupressen. Wieder dieses Gesicht so dreieckig zu machen und alles. Finde ich eigentlich hässlich. Ui. Im ersten Moment dachte ich gerade, eine Perücke. Ja, natürlich eine Perücke. Eine Pyramide. Aber das ist ja ein Felsen. Aber da hat es auch wieder so eine Wüstenkirchen. Und noch mehr schicke... Na? Ähm. Akazien. Mhm. Also definitiv eine interessante Gegend hier. Relativ flach. Ordentlich Bäume. Ordentlich Viecher. Hier werde ich also auf jeden Fall mir eine Station bauen, ein Quartier bauen, ein Häuschen. Aber die Frage ist, wo? Ich muss sagen, von den Landschaften, die ich jetzt erkundet habe, gefällt mir keine so gut, wie die am Anfang, wo die Schweinchen waren. Weil... Es ist nicht zu weitläufig drumherum. Man kommt hier auch an diesen Bereich ran. Und man... Ja, hat auch die Wüste in der Nähe, wo man sich sagen kann, okay, gehen wir da hin. Das spawnen schön viele... Viecher. Und geht da mal noch runter. Kämpfen. Die Frage ist, worin komme ich zurück? Deswegen gucke ich mich gerade hier um. Ich glaube... Die Sonne geht gleich unter. Kühe! Mukus! Wie süß! Aber hier sind es gar keine Kakaokühe, wie im Original, sondern schwarz-weiße. Hä? Aber die sehen... Die sehen niedlich aus. Die sehen niedlich aus für mich. Aber warum kriegen die Leute die Schafe nicht hin? Das verstehe ich immer nicht. Das ist doch süß. Gut. Ich denke, dass es in dieser Richtung nach Hause geht. Bin ich mir relativ sicher. Aber ich befürchte, das werde ich nicht schaffen, bis vorerst Nacht wird und mir die Viecher auf den Pelz rücken. Das ist nicht gut. Da geht der Mond schon auf. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. Das ist so ein schönes, so ein schönes Lied. Das hat mein Papa mir immer als Kind, ja immer nicht, aber gelegentlich als Schlaflied vorgesungen. Wer ist wirklich geholfen hat, zu schlafen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich es wunderschön. Und ich finde auch diesen Sonnenuntergang wunderschön. Und ich finde jetzt auch das Bett gleich wunderschön. Und würde sagen, ich verabschiede mich erst davon euch, liebe Zuschauer. Und wir sehen uns im nächsten Videopart wieder. Daumen hoch lassen, abonnieren. Tschüss, euer Quecksilber. Tschüss, euer Quecksilber.